Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde, LOL! Mit mir! Wieder mit Nexot und wieder im Ranked! Was sonst? Was sonst, genau. Hab ihn hier mal weggezogen, ne? Der nicht so viel Schaden macht. Der Gute. Guck mal, hier hilft nur der Supporter. Boah, mach ich dir nach mir Schaden, ey. Alter, Schwede. Tschüss! Ich hab den Schlag nicht rausbekommen. Ich hab den Schlag nicht rausbekommen. Na gut, der Trait auf jeden Fall. Oh. Ja, dann krieg ich's nicht mehr. Aber warte, ich kann mir fahren nehmen. Ich denke, das war ganz gut, schon hier. Es war noch full life. Ich glaub, der TV benutzt. Nami-Flash. Ja, aber auf jeden Fall. So viel kann ich jetzt sagen. hat er nicht mehr ins deck loswerden wir hatten die amm und ich denke ja nicht ja team setter vom gegner zladimir melfeld s und nami wir schon gesehen hat ich denke potenzial gibt es zweierlei leute zu töten und haben ja eigentlich ziemlich squishy ist nicht gerade bekannt wäre tanken ist naja sieht hat meine seelen bei der ja so direkt drauf gegangen hätten wir einen kill gehabt so jetzt habe ich richtig hingekriegt die nächsten kill es war zu offensichtlich dass ich das machen würde ach ja ich finde der katja als alle zählen ist gar nicht so schlecht vor allem wenn es an farm und feed kommt so 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 Oh, jetzt habe ich mich getroffen. Ach, ich habe das Mini getroffen. Ja, da fehlt ganz schön, hm? Wer soll da kommen? Achso, sie wird zurück. Ja, Jarwin, geräumt auf. Ich will doch nur, dass er Farm verliert. Ja, das verstehen aber manche viele nicht. Ich pushe da gerne aus, ne? Ja, natürlich. Dass er halt umso mehr im Minion, ach, im Tower verliert. Stimmt schon, sollte man machen. Die Minions würden so dann am Tower verrecken. Wollen wir weiter mal zum Drake gehen? Okay. Ich gehe jetzt hin. Jo, ich. Die fehlen alle, ne? Mitte fehlt, Bot fehlt. Mitte war tot, Jungle war tot. Okay. Ja. Aber wir könnten den, obwohl, nein, ich habe erst mal den 40, dann lieber warten. in die Mitte gehen. In die Mitte gehen? Meinst du, es lohnt sich? Okay, es lohnt sich nicht. Oh doch, es lohnt sich. Okay. Ich habe wieder den Support für meine Lanze bekommen. Ja, komm. Dann kommen. Okay, fängt schon mal. Ja, Mumu ist da oben, mein Gott. Wir sollen uns hier contesten, ne? Nein, nein. Ich habe für Ryze gepinkt, dass er zurückgeht. Ach so. Okay. Diesmal beginnt schon mal besser das letzte Mal mit Jarwin. Ja. Okay. Okay. Oh, da ging der Harten aber ganz knapp vorbei. Ach, ich bin da bis 6, nice. Ich habe in 3 Ulti. Ja. Ich habe jetzt Ult schon. Weißt du, dass du da bist? Keine Ahnung. Hm. Sie gehen auf jeden Fall wieder aggressiv. Ach so, was heißt das? Ach. Ich sollte mal wischen, ne? Auf 4 Wischen so. Ich snack mir immer die Mid-Lane. Hm, okay. Mach noch mal einen Buff. Hm. Den will er dir wohl nicht gönnen, ne? Ne, er wollte die Raves machen. Und dann meinte ich, ich will die machen. Nein. Okay. Ja, aber Yasu muss halt auch in Farm kommen, ne? Der hat echt wenig, man. Der hat 54 bei Minute 10. Das ist gut. Ja. Der ist. Der ist. 52. Ja. Ja. Wir lassen... Wir schieben dir auch immer den Tower, ne? Also. Pushen die halt immer wieder. Ich nehme doch nur die Last Hits, Junge. Vorsicht an Mumu. Ja. Ich denke wir sollten den Feuer sehen. Da kommt er. Vor allem, ihr habt doch gesehen, dass der kommt. Ja, ich bin ja nicht gestorben. Sie ist nicht zurück. Ja, ja. Sie ist nochmal von nach vorne nach vorne gegangen. War halt nicht gut. Schade. Er hätte ja keine Ult, glaube ich, hätten wir... Ja. Jetzt vielleicht... Kannst du ihn hocken oder so? Ne. Mann. Das ist echt übelst krank. Und vielleicht habe ich auch keine mehr. Na, kommst du nochmal ran? Irgendwie kann es sich lohnen. Ne. Ist okay. Na shit. Ich verarsche. Ich würde gerne teilen, aber... Warte, warte, nimm den großen. Jetzt... Ja, du musst halt immer warten, bis die Hacke rot ist, ne? Das ist halt auch immer so ein Ding. Ja, einfach in den Nahkampf gehen. Ja. Ist, wenn die jetzt im Gegner stehen, nicht so einfach. Wir hätten den Kill bekommen von dem. Astral. Ah shit. Schau mal. Kein Wort mehr. Willst du schon wieder kommen? Ne. Also würde ich keine Wort mehr nutzen. Nice one, ich habe überlebt. Oh, wer von denen hat eine Ignite bei? Hat der ADC von denen Ignite bei? Jo. Das war ziemlich klauselig, ich hoffe der hat jetzt keine Ult ab, Mann. Okay, hat er nicht, alles gut. Und so ist ein kleiner Fieder, ne? Ja, jetzt muss ich das. So. Ich habe endlich Schuhe, yay. Ja, das Problem denke ich ist an Yasuo, er kann halt nichts von ihm dodgen, ne? Ich glaube, selbst sein Blut kann er nicht dodgen. Also dieses, dieses Aussaugen. Ich glaube, das ist Prolog, das ist Aussaugen, weiß ich nicht, aber eine Ability auf jeden Fall kann er dodgen. Aber Momo ist doch schon wieder da. Warum sieht denn das immer keiner? Du musst runterkommen zu uns. Es sei denn, du kriegst einen alten Kill raus. Oh shit, hat es mich wirklich getroffen, ey? Das ist halt super bad. Lol. Überlebst du das? Ja klar. Okay. Alright, Drake ist ab. Boah, du killst ihn sogar noch. Schlecht. Ja, wir müssen Drake machen. Ich werde schon mal auf, ähm, woher sitzen. Aitlin, du siehst doch, dass ich schon unterwegs bin. Please. Lol. Vor allem, er greift mich an. Danke, Yasuo. Na gut. Äh, was? Was macht der Rice? Ich, oh Gott. Ich, oh Gott. Was? Alter. Nice. Vor allem, meine Kiste hat ihn getötet, ne? Er ist einfach in meine Kiste gerade dabei gestorben. Push du mit, Lane. Obwohl, ja. Ja, ich geh, muss ich geh weg. Nein, nein, die Dings, du kannst ja nicht so gut pushen. Ich meine, die Dings muss bot pushen. Ja, aber Drice muss top, unbedingt schnell. Ja, ich hab zum Glück kaum Guards. Nicht, deswegen sag ich ja, einer von den beiden muss unbedingt gehen. Ich muss Kate helfen, weil wenn sie diese D rausnehmen, dann ist sie so vorbei. Weil sie hat jetzt gerade schon zweimal die Ulti nicht bekommen. Hast du Ult? Ich bin halt fett als hell schon. Oh, oh. Kettlin sollte aufpassen. Tschüss. Oh, das, das Dings in der Mitte. Am Ruhm. Ja, ja, so sollte der denn eigentlich fisten können. Der hat Ulti, Ulti. Oh Gott. Der hätte den einfach easy wegziehen können jetzt. Ich komme ja in die Mitte. Weil Malfight kommt auch noch. Na ja, gut. Wow, dann komme ich halt, ne? AP Resistance OP. Das ist ja was für eine Aktion von ihm. Die haben ja irgendwo Sicht. Ich weiß noch nicht wo. Klopp. Hier ist Esfall, oder? Also hier sollte ich nett sein. Ja. Okay. Geholtet für mich. Ich hab ihn mit meinem Solari-Schild da geschildert. Weg mit dir. Du Haufen, ein Stück. Stein. Du laufendes Stück Stein, Bitch. Ja, echt mal. Das ist nice. Das ist nice. Lass dich nicht catchen. Sag dich's einfach, ne? Oh Gott. Habst du nicht getroffen. Oh Gott, weim letzt normal. Ja. Warte. Aber, jetzt hat kein Mana mehr. So. Bin froh, dass ich mir den Solari-Schild gekauft hab, ne? Ah, ich bin nicht gleich auf Solari gegangen. Ich will auf, ähm, ich will erst auf Randuin und dann auf Solari-Schild gehen. Aber dann, wenn du den baust, bräuchte ich den nicht bauen, eigentlich. Oh-ra-pap-pap. Das wäre ja absolut dumm. Blit. Und gebab. Oh, what? Was ist? Die Zähne von Yasu war so das letzte... Ja, also... Oh-oh. Fuck. Ich komm zu spät. Na, mein Naumana? Ja. Aber ich hab nichts. Das ist mein Problem. Oh-oh. 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 So, was heißen? Was? Ich hasse es! Willst du mit? Oh, da sind ein paar Leute in der Mitte. 3, 2, 1 Was? Alter, oh oh Hast du gesehen, ich habe den Damage gerade noch weggedrückt Mit meinem Solari-Shit Ja, aber Nein, das hätte Die Wave hätte dich mindestens jetzt umgebracht Hätte ich dir kein Solari-Shit gegeben Ja, aber ich denke, er wollte mich ulten Denke ich, also ich gehe davon aus Oh, wir haben ja Hilfe da Nice Na, kommt noch einer für dich Ich gehe weg jetzt Ich muss weggehen What? Oh my way Außer Kate geht jetzt runter Ich hoffe, dass sie es macht Ähm Ja, gut Dragon 30 Ja So Jetzt bauen wir das nämlich so Zack Aufwärts wie 1000 ich leisten Boah Tja, weine Alles so mit Und so Guck mal, ich habe genauso viele Kills wie das ganze Gegner-Team Das heißt, wie viele? 11 Okay 11 0 6 Ja, wir müssen gucken, dass wir die halt weiterverteilen Das Team unten Ja, ich weiß, ich bin ja gerade schon dabei Ich habe auch schon zwei Deswegen, deswegen stehe ich ja 0 6 Nami kommt, Nami kommt Hast du ein Wort? Nee, ne? Nee, nee Who cares about warding? Nein, ich... Alter, das kann doch nicht wahr sein Badab Blatt kommt Dort herkommt, denke ich Bisschen Leben für mich Das ist ein bisschen Kleingeld L-Fight Guck mal, Sonne, leider Outplay, bitch Und there was the ace Ja, dafür konnte ich jetzt nichts Hey, die verteidigen Egal, was du tust, du kommst, bin ich weg Achso, ihr geht drauf Das wusste ich jetzt nicht Dann lass uns den Tower nehmen Ich hab halt jetzt kein Mana mehr Achso Achso Ich hab mein Ding sogar schon verkauft, ne? Was? Guck mich an Achso, dein Support-Item Ja Ich hab jetzt die Idee, das immer erst nur zum Anfang zu benutzen Wenn man halt es noch Wenn die halt so einen Schaden haben Ah, Jade of the Mountain finde ich geil Ja, natürlich, das ist ein absolut cooles Item, ja Aber, ich weiß nicht Mit dem Teilen bringt die halt irgendwann halt nichts mehr Das ist ja, pfff, absolut verschwendet Diese Funktion quasi So Gehen wir mal bitte Ja, ja, der rasiert schon Ne, da kommt nicht ein Army Und he's dead Old, old, oh Er hat mich auch noch getötet Geht's ja nicht Auf irgendwie Wlad einfach zerplatzt und verschwindet, ne? Einfach cool aus Deiner Blutpfütze Ja Was, Nami schon wieder? Nami zerplatzt bei mir, ne? Hurra, papp, papp Nice Los, töte sie Danke Nice Das läuft ja schon ganz gut Also, von mir aus könnten die Gegner surrendern Ja, das ist ja erst Minute 24 Aber Amu hat mittlerweile keinen Impact mehr, ne? Na, wie auf ihr mich geht, die Hure, ey Jetzt taunt er uns alle Jetzt schreibe ich meine Lantan Und wir zerstören ihn Tschüss Na, ich hab, ich hab meiner, meiner hier den Schild gegen Ich hab übrigens Ezreal fast getötet nebenbei Mal so Okay Ich komm mir mal schnell in Blue Gate hat auch erst eintritt, gefällt mir Ich bin noch ein Killingspree, Alter What the fuck Du stehst 3-0 Oh Gott 3-0-13 Alter, das sind immer Support Äh, äh, äh Oh, die Old Oh Gott Von wem? Also, ey Ist so knapp 5 mm mir vorbeigerauscht Oh Gott, hat die mich getroffen, ey Das Shutdown-Geld Hätte ich ihm nicht gegönnt Muss ich hier mal ganz ehrlich sein Ich komm, bitte wieder Ich komm mir mal einen Red Buff Vielleicht noch 2 Minuten 15 Hab mir mal einen Red Buffalle geklaut Ja Oh Ace You're gonna die Ja, nice moves Oh, okay Ähm Oh, Instant Flash beide, nice Na, bei dem will ich nicht engagieren Jo Die Flirts hat leider niemand getroffen Tschüss Und die Bubble auch nicht Guck mal, vor allem Wir stehen einfach in 4 Gegnern drinnen Wir sterben nicht Ja, ja, Ace Ja, dieser Minion Den wollte ich haben Der tötet mich, ne? Nein, nein Ich zieh mal weg von euch, ne? Hallo Ey, das Spiel gefällt mir echt gut, man Echt mal wieder ein schönes Es steht 33, 13 Und ich hab 16 einfach Echt? Echt? Das ist ziemlich gut Vor allem, wir sind mittlerweile echt schon fett, ne? Guck mal, ich hab 2 AD-Items, 2 Tank-Items und meine Schuhe Und ich tue Damage und ich töte mich einfach gar nicht Als letztes kommt noch ein Tank-Item Vielleicht ist aber ein Töte, wo ich doch nicht so lange stehen und warten Oh Gott, ey Asyl Ult War krumm wie sonst was Ab ins Nirvana, naja Damit Bamm 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 Mitteln Torette sollte er fallen Ja, die schießen sie gar nicht mehr Ihr könnt Drake machen Ja, aber Catelyn nicht Vor allem, hast du das gerade gesehen? Amumu, äh, sein Binding Asyl seine beiden Skillshots da Ne, bei seiner holt halt Q und was weiß ich, ne? Kommst du jetzt zu mir, ne? Und ich, ich mach einen Schritt zur Seite Und dodge beide Oh, Jasu ist gestorben Du, Pfieder Der Jasu ist der Einzige, der den Gegnern Kills gibt, ne? Ja, ich weiß gar nicht Der hat neun Tode und die gehen am Grad mal 15 Kills Weiß hat aber auch schon fünf Tode Ja klar, die beiden Du jukst nicht Ulti Warum darf ich nicht ulten? Lantan Das ist ja auch ne coole Option Mal ne kurz, kurz vor Backport But quasi die Laterne grab, somit Nein, 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 na Ja, in die Dings Die Basis Alter Alter łecer Flash Ich wollt halt Tote See, ne? wirst jetzt auf jeden fall und zwar euch kommt hier komm hier ich stehe hier ja ja ich bin nicht hier ja 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 Ich dachte, ich gehe da rüber. Die zerplatzen so schön, ne? Ich zerplatze jetzt auch das erste Mal, glaube ich. Ich bin tot. Bam, der ultet noch für dich. Das war jetzt nicht eure beste Aktion, Leute. Ah, ich war eigentlich schon vom Weg weg, aber... Naja. Na gut, es war nicht gut, ja. Wer räumt jetzt auf, Caitlyn? Die tut jetzt wahrscheinlich ein mit dir. Mhm. Zu Rwanda, 4 zu 0. Ach, mal wieder ein schönes Game. Endlich mal wieder ein schönes Spiel, wo man auch mal meine Skills sieht, außer zum Anfang. Wo man auch mal wieder meine Skills sieht, ja. Ja. E, Q, tot, hä? So gut für. Nicht so viele Kills wie Q, E. Guck mal zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.